Diese hier angebotene Einzimmerwohnung ist ab September 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf-Düsseltal. Das Objekt hat einen Personenaufzug. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die möblierte Wohnung umfasst eine Fläche von ca. 37 Quadratmetern. Die Pauschalmiete beläuft sich pro Monat auf 580 Euro. Für nähere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gerne zur Verfügung. Bis zum nächsten Mal.